ich befinde mich gerade auf dem weg ins google hauptquartier um meine neuen seiten die ich jetzt am wochenende gerade ganz komplett fertig neu überarbeitet habe extra für sie ganz neu anzumelden und wie es denn immer so ist bei google das ist natürlich ein langer steiner weg und sehr uneben und sehr schwer und dort überhaupt aufgenommen zu werden aber für liebe kunden ist mir natürlich kein weg zu weit und zu schwer um die neuen seiten publik zu machen also jetzt kommt mir einer auf den entgegen den fahrbahn entgegen auch nicht schlecht naja der hat wahrscheinlich schon seine seite angemeldet und ist jetzt gerade wieder auf dem weg nach hause und ich muss hier leider noch durch ich bin dann hoffentlich auch gleich soweit und bin dann bei google gelistet so jetzt noch ein paar meter und dann habe ich es sehr wahrscheinlich geschafft ich habe das google hauptquartier erreicht um meine neuen seiten anzumelden wie gesagt der weg dorthin ist natürlich sehr sehr steinig und kompliziert und auch google selber will natürlich nicht dass man dort einfach so vorfährt und seine seiten anzumelden das ist vollkommen klar das heißt in den suchmaschinen selber von google findet man nichts darüber über den ort die sogar über diesen geheimen ort kann man schon fast sagen nichtsdestotrotz sehe ich ja dort durch die büsche sehe ich google das google schild von google hauptquartier insofern ich habe alles erreicht ja und jetzt würde ich mal sagen ich mache mich auf den weg damit ich die seiten für sie dann auch und für jeden anderen im netz dann auch sichtbar mache ja auf geht's zum google hauptquartier so durch die büsche so da hinten so ganz durch da sieht man ungefähr das schild schon von google ich weiß nicht ob sie es erkennen können aber dort ist es so es ist wirklich wirklich nicht sehr einfach zu finden und auch der weg dorthin die letzten meter sind wirklich sehr sehr mühselig aber noch ein paar meter und ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe sie gefunden google hier wollen so hier google das hauptquartier astrein auf das meine webseiten angemeldet werden ich wünsche ihnen ein wunderschönes wochenende eben mein name ist horger korsten alles gute und liebe für sie